Hallo liebe Leute, wir haben jetzt hier unten im Sumpft in dem Gebiet Deformiertes Labyrinth haben wir jetzt gerade hier ganz viele Schlangenfücher gekillt, die haben uns jetzt die Quest gegeben, Gift der Nangari, damit müssen wir jetzt wieder darunter rennen, das heißt wir müssen jetzt wieder in der Nähe von einem Portal haben, hier rüber am besten, und dann das abgeben, weil die Moe, die hat immer wieder was zu erzählen darüber und meistens gibt es dann halt ein paar Punkte, ist halt wieder eine Geheimquest, die man finden kann, wir brauchen ja sowieso alle Quests hier in dem Gebiet, um da ein paar Punkte zu machen, und deswegen greifen wir gerade mal darüber, geht ja relativ zügig, wenn das Pferd nicht wieder irgendwo hängen bleibt. So einfach zu die Moe rennen, mit der schwätzen, dann schauen wir mal. Und dann sehen wir diesmal, eine kuriose Art von Gift der Nangari. Ich verstehe, wisst ihr, das ist ihre Gegend. Wir alle leben von woanders hierher, auch sie nicht. Nicht einmal ich weiß, wie lange sie schon hier sind, oder wie sie entstanden sind. Dieses gifteste Blach, bei der Nangari, von dem es stammt, kurz vor der Häutung steht. Oder zumindest kurz davor stand, nehm ich an. Ihr habt ihn sicherlich getötet. Aber, ich verlob nicht. Natürlich. Vielleicht beginnt die saisonale Häutung bald. Was er Glück bringt, nach dem Haus aufzubewahren. Aber nur, wenn sie nicht voller Parasiten ist. Das sage ich immer. So, mit dem ist die Quest beendet. Ich bedanke mich, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute. Ciao, ciao.